Oh, hier brennt gerade die Luft. Emre und Adur. Die Luft brennt. Krass. Big Jedi. Da oben, Papa. Ja, die geben sich richtig. Ist aber nur sprachig. Und wir sitzen in der ersten Reihe. Fazit. Alle dabei. Polettchen. Ja, der schöne Florian. Da der Beirahm. Der Papa in der Ecke. Lass mal, wir sind ein bisschen alt und wir brauchen ein bisschen Pause.